So, jetzt schauen wir mal, ob wir die Elektronenkonfiguration von Nickel herausfinden. Nickels hier unten hat 28 Elektronen. Also welche Schalen, welche Orbitale, wo gehen die Elektronen rein? Also schauen wir uns hier wieder den S-Block an. Helium gehört ja auch mit hier rein bei Orbitalen. Jetzt kommt hier der D-Block. Das ist der P-Block. Wir fangen mit den Elektronen auf der niedrigsten Energieschale an. Als erstes füllen wir die ersten zwei Elektronen, die in 1S2 reingehen. Also es geht nochmal am Nickel. Wir füllen als erstes die 1S2 mit zwei Elektronen auf. Dann gehen wir zu 2S2. Und bitte denkt dran, dass dieses kleingeschriebene 2 hier zeigt, wir füllen zwei Elektronen in diese Schale rein. Ich mache es nochmal in einer anderen Farbe, dass ihr es besser aussehen könnt. Das 2S2. Dann füllen wir auf 2P6. Wir füllen alle die hier rechts unten auf. Also 2P6 kommt als nächstes. Haben wir also zusammen 10 Elektronen. Jetzt kommen wir dann in die dritte Schale. Und in der dritten Schale schreiben wir 3S2 auf. 3S2. Dritten Schale. Dann füllen wir in der dritten Schale die P-Orbitale auf. Das ist also 3P6. In der dritten Periode, in der dritten Zeile sind wir hier. Das sind sechs Elektronen. In der vierten Schale. Zeichne ich jetzt mal in gelb. Kommt natürlich erstmal 4S2. 4S2. Jetzt sind wir im D-Block. Und da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elektronen im D-Block. Also es ist D8. Aber jetzt müsst ihr aufpassen. Es ist also nicht 4D8. Sondern wir müssen hier 1 abziehen. Also müssen wir 3D8 hier reinschreiben. Das ist die Ordnung, in der wir die Elektronen auffüllen. Vom niedrigsten zum höchsten Energieniveau. Aber denkt dran, das höchste Energieelektronen, das sind diese 8 hier. Die sind aber in die dritte Schale gegangen. Ihr seid also in der vierten Periode. Ihr müsst aber 1 abziehen. Also müssen wir hier von dem 4 minus 1 rechnen. Und dann sind wir wieder in der dritten Schale. Das ist also die Elektronenkonfiguration für Nickel. Wenn es jetzt um die freien Elektronen geht, das sind die in der äußersten Schale, dann schauen wir uns diese gelben an, diese 4S2. Das sind auch die, die reagieren, die chemisch reagieren. Sie sind sozusagen am weitesten weg von dem Kern. Und das sind die, die bei chemischen Reaktionen einfach reagieren. Aber die anderen sind die, die höhere Energie haben. Es gibt noch eine zweite Methode, die findet ihr auch in manchen Chemiebüchern. Ich mag allerdings die Methode, die erste Methode etwas besser, weil man da immer aufs Periodensystem drauf schaut. Und es gibt euch einfach ein bisschen ein Gefühl, wie die Elemente reagieren. Also, fangen wir nochmal an. Also es geht um das neutrale Nickel. Es hat 28 Elektronen, hat die Ordnungszahl 28, hat 28 Protonen. Wir gehen davon aus, es ist neutral und hat also auch 28 Elektronen. Und zumindest bei Elektronenkonfiguration von neutralen Elementen ist es so. Also wir haben Nickel mit 28 Elektronen, 28 Protonen. Und jetzt schauen wir uns das so an. Wir können die Elektronenschalen erstmal so aufzeichnen. 1, 2, 3, 4. Und daneben schreiben wir S, P, D. Wir kommen jetzt nicht bis F, aber ihr könnt im Prinzip hier immer weiterschreiben. Und wir füllen also diese zuerst auf, dann kommt diese, dann kommt diese, dann diese, dann kommt diese. Ich zeichne das jetzt einfach mal ein. Das sind die Schalen, die es einfach gibt, die existieren. Die zeichne ich in grün. Das ist nicht die Ordnung, in der wir sie auffüllen, aber sondern das ist die Ordnung, in der sie einfach existieren. Das sind die Unterschalen. Es gibt also keine 3F-Schale. Es ist eine 4F-Schale, gibt es aber keine 3F-Schale. Ich zeichne jetzt nochmal Linien ein. Und wie die aufgefüllt werden, zeige ich euch jetzt. Nämlich machen wir das mit diagonalen Pfeilen. Geht so, so, hier. Und der vierte Pfeil geht so. Und so geht das immer weiter. Und jetzt musst du wissen, dass 2 in S, 6 in P, 10 in D gehen. F ist jetzt erstmal egal. Und jetzt geht es so, du fühlst also zuerst das 1S2 auf. Du nimmst den ersten Pfeil. Also ich fülle das hier zuerst auf. 1S2. Dann sehe ich ja, es gibt kein 1P, also gehe ich hier runter bei dem Pfeil. Also es ist 2S2. Ich mache es wie in einer anderen Farbe. 2S2. Das ist dieser hier. Dann gehe ich wieder hier zu dem Pfeil. Und dann zeigt mir der Pfeil, als nächstes gehe ich zu 2P6. Jetzt musst du einfach immer aufpassen, wie viele Elektronen du schon hattest. Wir hatten bisher 10. Wir haben also dieses hier verbraucht. Und dann zeigt uns der Pfeil, wir müssen als nächstes zu 3S2 gehen. In die dritte Schale. 3S2. Und wo gehen wir jetzt hin? 3S2 waren wir. Wir folgen dem Pfeil, gehen zum nächsten Pfeil. Und da geht es nichts. Also hier geht es weiter. Wir gehen zu 3P6. Und als nächstes ist jetzt 4S2. 4S2 ist das nächste. Was ist das nächste, was wir auffüllen? Wir gehen jetzt zu 3D. Wie viele Elektronen haben wir jetzt übrig? Und wenn wir in 3D sind, da rechnen wir mal alles zusammen. Also wir sind jetzt in 3D. Wie viele Elektronen? 2 und 2 sind 4 und 6 sind 10. 12, 18, 20. Also haben wir noch 8 Elektronen übrig. Und in der D-Unterschale, da gehen jetzt diese 8 Elektronen rein. 3D8. Und jetzt hast du genau das gleiche Ergebnis wie hier unten, wie in der ersten Methode. Wie gesagt, ich mag die erste Methode einfach lieber, weil du einfach die ganze Zeit in die Elektronen, in das Periodensystem schaust. Und gleichzeitig musst du dir nicht merken, wie viele Elektronen du schon verbraucht hast. Habe ich hier 2 und hier habe ich 2 und da ein 6. Hier nimmst du einfach das Periodensystem. Und hier kannst du nämlich auch rückwärts gehen. Also hier kannst du einfach irgendwie nicht rückwärts gehen. Wie viel habe ich hier gebraucht? Und was ist eigentlich da die höchste Energieschale? Du kommst da einfach nicht mehr raus. Das ist einfach nicht so gut. Wenn du die Methode nimmst, kannst du auch rückwärts gehen. Okay, nehmen wir beispielsweise mal, naja, was nehmen wir mal? Nehmen wir mal ZR. Hier, hier, schauen wir uns das mal an. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich natürlich von oben nach unten einfach nochmal durchgehen. Aber ich kann auch rückwärts gehen. Also was sind die energiereichsten Elektronen? Sag ich, gut, das sind diese 2. Das sind diese 2d5. Muss ich eins nach oben gehen? Also es ist 4d2. 4d2. Und dann habe ich die 5s2. 5s2, das sind diese 2. Jetzt gehen wir also rückwärts. Jetzt kommt 4p6. 4p6. Und danach kommt das d, der t-Block. Da habe ich 10 Stück. Das ist in der vierten Periode, aber da muss ich ja immer 1 abziehen. Also 3d10. Dann habe ich 4s2. Also jetzt wird es wirklich hässlich hier drin. Deswegen zeichne ich das jetzt hier drüben. 4d2. Dann habe ich 5s2. 4p6. Das mache ich nochmal. Das sind die hier drüben. Dann haben wir 3d10. Da habe ich ja 1 abgezogen. 3d10. Dann habe ich 4s2. Und so kann ich einfach rückwärts gehen bis zum Ende. Ich sehe aber sofort, welche Elektronen sind in der höchsten Energieschale. Das sind diese 2 hier. Das sind diese 5s2. Die haben die höchste Energie. Das sind die 5s2. Die sind wichtig. Die sind also am weitesten vom Kern weg. Die werden auch in der chemischen Reaktion reagieren. Die sind auch die wichtigsten für die meisten chemischen Zwecke. Und wir denken ja eigentlich immer mal, dass die Elektronen diese Kästchen da ausfüllen. In Wirklichkeit ist es gar nicht so. In Wirklichkeit hüpfen die hin und her zwischen den Orbitalen. Und sie mischen sich und machen ganz, ganz, ganz komische und verrückte Sachen. Aber jedenfalls diese Methode, da bekommst du so ein Gefühl dafür, was Elektronen eigentlich so machen. Und in den meisten Fällen benehmen die sich eigentlich so, wie sie es sollen. Der wichtigste Punkt ist, dass du wirklich einfach siehst, dass du weißt, wie die Elektronen in die Schalen hineingehen und welche einfach in der äußersten Schale draußen sind. Das sind nämlich die Valenzelektronen für die chemische Reaktion. So, wie wir das sehen, wie das leyend ist. Vielen Dank.